Der Brexit ist prima, sagt Boris Johnson seit fünf Jahren. Wie viele Brexiteers argumentierte er vor allem auch damit, dass Großbritannien seine eigene Einwanderungspolitik machen wolle. Die Folgen des Brexits sind jetzt allerdings weniger prima. Es gibt nicht genug Lastwagenfahrer und darum auch nicht genug Kraftstofflieferungen für die Tankstellen, besonders in London und Südengland. Jede fünfte Tankstelle hat das Problem. Spediteur David Zakiya zeigt uns alle seine Lkw, die derzeit nicht im Einsatz sind, weil Fahrer fehlen. Rund 20 Fahrzeuge kann ich derzeit nicht einsetzen. Eine riesige Einbuße für uns. Zakiya's Beispiel ist Teil eines größeren Problems. Lieferketten geraten ins Stocken. Die britische Regierung verspricht, schnell tausende temporäre Visa an Lkw-Fahrer aus dem Ausland ausstellen zu wollen. Ein Tropfen auf dem heißen Stein, sagen Spediteure. Wieso sollte jemand aus dem Ausland jetzt kommen wollen, nur um an Weihnachten wieder zurückzumüssen? Jeder will doch ein stabiles Arbeitsverhältnis. Gewerkschaften bemängeln, die Arbeitsbedingungen für Lkw-Führer sind so schlecht, dass es schwer ist, Personal zu halten. Der Mangel an Lkw-Fahrern hat viele Zapfsäulen schon seit Tagen versiegen lassen. Jetzt ist die Armee im Einsatz. Rund 200 Militärangehörige sind dabei, Benzin und Diesel zu den Tankstellen zu bringen. Vor allem im Raum London. Denn hier stabilisiert sich die Versorgungslage besonders langsam. Und eine neue Hiobsbotschaft. Das Weihnachtsfest ist gefährdet. Denn auch Geflügelfarmen beklagen Arbeitskräftemangel. Das traditionelle englische Truthahn-Essen droht auszufallen. Wir brauchen dringend Saisonarbeiter. Wenn uns die Regierung die nicht bietet und wir hier nicht industriell arbeiten können, wird das dieses Jahr nichts. Boris Johnson versucht zu beschwichtigen, sagt, das alles sei in seinen Post-Brexit-Plänen eingepreist gewesen. 2016 haben die Leute den Wandel gewählt. 2019 noch mal. Sie haben für die Beendigung eines kaputten Geschäftsmodells gestimmt, das auf Niedriglöhnen, schlechter Berufsbildung und einer chronisch niedrigen Produktivität beruhte. Das schütteln wir derzeit ab. Doch die Nerven der Briten beruhigt das nicht. Die Angst vor weiteren Versorgungsengpässen heizt Panikkäufe an den Tankstellen an. Sprechen möchte ich mit Holger Goerb, Professor für Außenwirtschaft an der Uni Kiel. Hallo. Hallo, Frau Gerhäuser. Wenn jetzt also schon die Armee aushelfen muss, wie ernst ist die Lage in Großbritannien? Nun, ich glaube, der Einsatz der Armee ist eher eine kurzfristige Einlage der Regierung gewesen. Ich glaube nicht, dass das wirklich einen großen Unterschied gemacht hat. Die Lage hat sich wieder entspannt, auch in den letzten paar Tagen schon. Da natürlich die Panikeinkäufe, die die Krise natürlich erst mal zurückgingen, das hat jetzt, das hat sich entspannt, da eben die Bevölkerung weiß, dass zur Not Armee eingesetzt werden kann, dass zur Not versucht wird, neue Lkw-Fahrer in das Land zu bekommen. Längerfristig ist es aber natürlich schon der Fall, dass es eine Verknappung an Lkw-Fahrern gibt, in Großbritannien, aber auch in anderen Ländern. Und daran wird sich strukturell erst mal nichts ändern. Also bleibt die Lage durchaus kritisch. Jetzt leiten Sie ja das Center for Globalization und beobachten dort im Prinzip, wie jedes mit allem zusammenhängt. Kommen dann auch Energieengpässe auf Großbritannien zu mittelfristig? Das denke ich schon. Und ich glaube, man sieht das auch schon, denn die Gaspreise haben sich natürlich auf dem Weltmarkt sehr stark erhöht in den letzten Monaten. und Gaspreise auch zumindest für private Anbieter in Großbritannien haben sich auch sehr stark erhöht und es wird auch erwartet, dass sie sich noch weiter erhöhen werden. Das heißt, ja, auch für Großbritannien wie auch für andere Länder werden Energiepreise steigen, wird es durchaus zu einer möglichen Verknappung an Energie kommen. Das ist ja hier auf dem Kontinent sozusagen, auf dem Europäischen ein sehr großes Thema, ganz oben auf der Tagesordnung. Frankreichs Wirtschaftsminister Le Maire fordert eine europäische Antwort. Aber kann es die geben zwischen französischem Atomstrom, polnischer Kohle und russischem Erdgas in der frisch in Betrieb genommenen Pipeline Nord Stream 2? Nun, ich glaube, die muss es geben. Ich glaube, dass Europa als starker Partner eben natürlich eine viel stärkere Marktmacht auf dem internationalen Markt hat und dadurch natürlich auch viel besser in Märkten, gerade in Energiemärkten, in den Rohstoffmärkten verhandeln kann. Es wird natürlich nicht einfach. Wie Sie angedeutet haben, haben die einzelnen europäischen Länder durchaus unterschiedliche Strategien, was die Energieversorgung angeht. Und das heißt natürlich, ein Kompromiss liegt da nicht direkt auf dem Tisch, sondern es wird da durchaus zu Verhandlungen kommen müssen. Aber ich denke, Europa muss sich da zusammenschließen, um ein starker Spieler auf dem globalen Markt zu werden. Jetzt sehen wir ja auf diesem Markt andererseits auch, dass China zum Beispiel die schwerste Energiekrise seit Jahren erlebt. Hier ist die Abhängigkeit von der Kohle das Problem. Welche Folgen erwarten Sie da? Ja, in China sieht es im Moment auch sehr düster aus, sozusagen. Und das wird auch nicht ohne Folgen bleiben. Denn China ist nun mal immer noch die sogenannte Werkbank der Welt. Das heißt, sehr viele der Produkte, die wir hier konsumieren, in Europa, in anderen Ländern, anderen Kontinenten, kommen aus China. Und die Verknappung der Energie in China führt dazu, dass es in der Produktion eben auch Engpässe gibt. Und diese Engpässe auch in den nächsten Wochen, Monaten noch weitergeben wird. Und Sie wissen, was in drei Monaten vor der Tür steht. Und ich denke, dass es da schon zu Verknappungen kommen wird und dass man durchaus mit Problemen in der Lieferung rechnen kann. Vielen Dank für die Einschätzung, Holger Görg. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.